Wir haben rausgefunden, dass wir mit ziemlich viel Magie, es sieht aus wie Magie, unsere riesengroßen Datensätze bearbeiten können. Wir haben uns also den Datensatz von dem offenen Register rausgesucht und da ist diese JSON-Datei über vier Gigabyte groß und wir haben also einfach da keinen Überblick über die ganze Datenmenge auf einen Schlag haben können. Und unser Ziel war es, also rauszufinden, welche Datensätze schon im Wikidata sind und die dann quasi anzureichern mit der Corporate Number, dass einfach die Verlinkung hergestellt wird zu der Datenbank. Und wir haben uns jetzt entschieden, diese Datei aufzuspalten. Wir haben jeweils 100.000 Datensätze in ein Paket gepackt. Und am Ende haben wir ein Projekt angelegt und haben die Daten schon mal zur Verfügung gestellt, wenn Leute mitarbeiten möchten am Ende dabei. Und wir haben also festgestellt, dass sich diese Hunderttausende Datensatzgröße, dass sie sich sehr gut mit Open Refine bearbeiten lässt. Das geht damit los, dass man in Open Refine super Daten einlesen kann, schon mal alleine, auf ganz verschiedene Art und Weise. Ich habe gerade eben festgestellt, dass wir selbst die gezippten Dateien, die im GitHub-Verzeichnis liegen, ohne weiteres, ohne irgendeine andere Aktion einfach einlesen können. Das geht sogar relativ schnell, aber ich habe es trotzdem schon mal im nächsten Schritt da. Das ist dann quasi die Vorschau, die man angezeigt bekommt von dieser großen JSON-Datei. Und ich sage jetzt dem Open Refine, dass ich das gerne als JSON-Datei pausen möchte. Ich gebe den Datenpfad an. Das haben wir ausprobiert. Das ist wirklich der komplette. Dann lädt ihr das ein in eine Vorschau. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Haben wir auch den nächsten Schritt schon da. So. Und wenn ich das alles eingeladen habe, bekomme ich quasi, das sieht aus wie ein Spreadsheet. Das sind 100.000 Datensätze mit über 124.000 Datenzeilen. Und jetzt haben wir herausgefunden, dass es mit Wikidata besser matcht beim Abgleichen, wenn wir die Company-ID auf das Format von Wikidata bringen, dass in Wikidata erwartet wird für die Property, für den Identifier. Und ich muss jetzt also bei 100.000 Datenzeilen quasi die Nummer ändern. So. Und das geht ganz schnell, indem ich einfach nur sage, ich will die ergänzen um die Blenderkennung und ein Schrägzeichen. Und dann soll es den Inhalt behalten, der sonst ausgegeben wurde. So. Und das war es schon. Also wie gesagt, das sind 100.000 Datensätze und 124 Datenzeilen. Blub mit einmal. Erledigt. Nächste Hürde ist die Adresse. Das haben wir bei Daten ganz häufig, dass einfach das Adressformat ein anderes ist, als wir brauchen. Das ist hier diese Geschichte, ist hier in dieser Spalte. Und wir möchten es wirklich trennen nach Hausnummern, nicht nach Hausnummern, nach Postleitzahlen und Straßen und Orten. Und das ist also auch wieder ähnlich. Ich kann jetzt also einfach sagen, ich will das jetzt aufsplitten und nehme einfach mal das Komma als Separator. Die Originalspalte will ich da behalten. Das ist auch diesen kleinen Moment länger als das andere, aber es ist auch 100.000 Datensätze, 124.000 Datenzeilen mit Fingerschnips quasi erledigt. So. Nächster Schritt wäre, die Leerzeichen vorne wegzunehmen. Da sind ganz in OpenRefine schon ganz viele vorprogrammierte Dinge, die man ausnutzen kann. Das sind jetzt also die Whitespaces weg. Oben sieht man mal, wie viele Datensätze betroffen waren. So, dann kann ich die nächste Trennung vornehmen und sage, ich will jetzt noch ein Leerzeichen trennen und ich will das wieder in zwei Spalten haben. Diesmal soll meine Arbeitsspalte gleich verschwinden. Und dann habe ich das auch mit einem Fingerschnipp quasi für 100.000 Datensätze und 124.000 Datenzeilen. So, und jetzt kommt, jetzt könnte man sagen, super, alles fertig. Hier ist es nicht, weil Daten sind dreckig. Ich kann jetzt ganz schnell gucken, wie viele Datensätze jetzt nicht in Ordnung sind, indem ich jetzt einfach eine Facette über die, also ich gehe ja theoretisch davon aus, dass in der Spalte mit den Postleitzahlen wirklich noch Postleitzahlen drin sind. Und jetzt forme ich mir die mal als String um, damit ich die dann besser filtern kann. Dann sage ich zum Text. Auch schon erledigt. Dann lege ich darauf einen Textfilter, eine Textfacette. Und dann sehe ich, da sind Sachen dabei, die komisch aussehen. Und dann kann ich jetzt überlegen, jetzt habe ich verschiedene Möglichkeiten, auch das jetzt nochmal nachzufiltern, zu gucken, welche muss ich nach nachbearbeiten und welche nicht. Und wenn ich das in mehreren Schritten dann quasi nochmal zwischengefiltert habe, dann habe ich bei den 100.000 Datensätzen vielleicht 20.000 höchstens, die ich schon nachbearbeiten muss. Dann habe ich aber schon 80.000, mit denen ich einfach am Stapel arbeiten kann. Und mehr will ich euch jetzt gar nicht zeigen. Das war jetzt das, wo ich sage, okay, vielleicht habt ihr Lust, euch das anzugucken. Also es lohnt sich. Es sieht am Anfang furchtbar aus. Am Anfang hat man mit kleinen Dingen das Gefühl, man kann es auch im Spreadsheet machen. Aber je mehr man sich da reingearbeitet hat, umso mehr Dinge findet man. Achso, eins wollte ich euch noch zeigen. Man muss das also nicht übers Menü machen, sondern es gibt die verschiedensten Varianten, wie man auch mit Code arbeiten kann. Also man kann Python benutzen, wenn man da mit firm ist. Und es gibt aber eine eigene Sprache, die heißt Grell. Und da gibt es ganz, ganz viele Funktionen, die man anwenden kann. Und das ist eigentlich das, weshalb ich wirklich dieses Programm absolut lieber. Ich sage mal, so komisch es auch aussieht, aber das ist so, das ist wirklich die tollste Software, die ich in den letzten 20 Jahren in den Fingern hatte. So, ja, genau. Fragen waren jetzt da. Ja, bitte. Ja, und zwar ein bisschen unbequem, aber es geht. Und zwar kann ich, ich nehme mal jetzt einfach eins, das ich hier schon habe. Es gibt eine Revisionierung, das ist ganz wichtig, habe ich vergessen zu sagen. Es wird jeder Schritt aufgezeichnet. Wenn ich merke, ich habe mich verlaufen, und das passiert ja ab und zu mal beim Datenaufbereiten, dann kann ich also einfach an den Schritt gehen und kann sagen, hier, ich will an der Stelle nochmal von vorne anfangen. Bis dahin war aber alles gut. So, und dann kann ich einfach sagen, extrahiere mir mal alles, was ich getan habe. Und dann bekomme ich das quasi als JSON-Code angezeigt. Gesundheit. Und copy und paste mir das über einen Editor in eine kleine Textdatei oder JSON-Datei und kann das dann auf die nächste Datei wieder draufwerfen. Also ich selber habe in meinem Werkzeugkasten zum Arbeiten lauter Code-Snippets, die ich auf die immer wieder gleichen Strukturen draufwerfe. Wie was wieder reinziehen, die Benutzung? Ja. Ja, ja, genau. Dann kann ich zum Beispiel sagen, warte, ich kann jetzt hier sagen über apply, und dann habe ich, ich glaube, ich habe meinen Zucker auf, genau. Dann gehe ich hier einfach und kopiere mir alles, was ich jetzt habe. Es ist natürlich jetzt in dem Fall nicht sinnvoll, weil die Datei ja schon bearbeitet ist, aber die Vorgehensweise ist so. Einfach copy und paste. Und dann haue mir das an der Stelle wieder rein. So, und gehe auf ausführen und dann wende der das exakt so an. Das kann man also in großen machen oder auch in kleineren Dingen. Was auch schön ist, man kann in die verschiedensten Formate gleich formatieren, gleich exportieren. Man kann auch Open Refine-Projekte schon anlegen, für andere zu weiter bearbeiten, vorbereiten quasi von der Sache her. Und man kann auch sehr, sehr gut für den Wiki-Data-Upload vorbereiten. Man kann also quasi nicht nur über Open Refine direkt uploaden in die Wiki-Data, sondern man kann auch einen Export für Quick-Statements machen. Also man kann die Dateien quasi komplett bearbeiten, die Datensätze, und kann die dann in das Quick-Statement-Format bringen. Das macht ganz viel Sinn, oder es ist sehr sinnvoll, weil im Upload aus Open Refine heraus die Datenverbindung die ganze Zeit stehen muss, weil die Arbeit auf dem Rechner passiert und nur übertragen wird. Wenn ich das exportiere in Quick-Statements, dann bin ich fein raus. Dann habe ich das passiert, die ganze Abarbeitung passiert dann auf dem Surfer dort. Und damit, also mir ist einfach schon passiert, ich habe mal im Hotel über Nacht quasi einen riesengroßen Datensatz uploaden wollten und dann hat das Hotel so kurz nach 0 Uhr die Zwangstrennung gemacht und damit war dann alles erledigt. Das passiert über Quick-Statement halt nicht. Ja, genau. Also wenn da konkrete Fragen nochmal sind, einfach Fragen, vielleicht, ich bin da auch jetzt total im Lernen, ich lerne da jeden Tag was Neues, auch heute wieder bei Ausprobieren, wie was vielleicht schneller geht. Aber also vielleicht, wenn jemand einen kurzen Anlauf haben möchte oder sowas, dann einfach mal Bescheid sagen. Das dauert jetzt, weil das so riesengroße Daten sind, dauert es einfach viel zu lange. Aber das funktioniert im Endeffekt so, dass man sich ein Merkmal raussucht, von dem man davon ausgeht, es ist mit ziemlicher Sicherheit ein Wikidata vorhanden. Und dann gehe ich einfach nur auf die Spalte, gehe auf den Bereich Reconcilen. Jetzt hoffe ich, dass er mich jetzt nicht zu lange warten lässt, dann suche ich mir die Wikidata-Service-Schnittstelle. Wenn man im deutschen Bereich arbeitet, dann die Deutschen, sonst die Anderssprachige. Und dann zeigt er mir an der Stelle Auswahlmöglichkeiten an. Und ja, dann kann ich ja weitermachen. Das wird aber jetzt hier einfach zu umfangreich. Aber das ist einerseits, das klingt einfach, es ist aber immer noch sehr viel manuelle Nachbearbeitung. Also weil einfach Dinge, die, na da ist es schon, genau. Also ich kann jetzt hier quasi eintragen, womit ich abgleichen will. Er schlägt mir hier vor Verkehrsunternehmen. Wahrscheinlich hat er da jetzt irgendeine Logik dahinter erkannt, dass es sinnvoll ist, das dagegen abzugleichen. Und dann starte ich das Reconceiling. Aber ich kann mal eins machen, ich kann mal einfach zwei Datensätze markieren und das nur über die zwei Datensätze laufen lassen. Vielleicht sieht man dann zumindest, wie das prinzipiell funktioniert. Moment. Ah, ich habe zu viele schon gestartet. Moment. So, nochmal. So. Genau, da haben wir jetzt zwei. So, dann sage ich, ich lasse jetzt über die zwei mal diesen Abgleich laufen. Aber ich sage gleich, das wird jetzt hier nicht erfolgreich. Weil das ist also aus diesen 100.000 Datensätzen, da ist einfach nicht viel drin. Aber es funktioniert halt vom Grundsatz her so, dass man sagt, gut, hier rein. Dann starte ich mal einfach. Sehr schön. Ja, genau. Dann bekommt man also ein Ergebnis. Die beiden hat er jetzt nicht gefunden. Ich könnte jetzt hier sagen, okay, lege ein neues Item an. Dann bereitet er das quasi vor. So. Und dann kann ich, wenn ich jetzt in den Wikidata-Bereich gehe, dann muss ich mir ein Schema anlegen, nachdem ich das Ganze mache. Und dann kann ich es hier auch, also entweder direkt nach Wikidata laden. Das passiert dann automatisch, aber eben vom Rechner direkt in die Datenbank. Oder aber ich eben exportiere das in Quickstatement. Das funktioniert jetzt nicht, weil ich kein Schema angelegt hatte. Genau. Aber so wäre das Vorgehen in dem Moment. Ja. Gut. Also ich habe vorher immer ziemlich aufwendig gefunden, das alles so vorzubereiten. Und das ist jetzt wirklich so. Vor allem durch dieses Facetten bilden können. Kann man also einfach schon sehr viel einfach durch scrollen. Wo man einfach sagt, okay, das findet jetzt eine Maschine überhaupt gar nicht. Die ersten Abwegigkeiten, die einem einfach schon aus der Erfahrung heraus auffallen. Dass man also einfach dann so durch scrollen in den Facetten, schon den Textfacetten einfach schon ganz viel sieht, ganz viele Muster erkennt, ganz viele Fehler erkennt, die wiederholt auftreten und so weiter. Also ich kann es nur ganz groß empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen. Ich kannte es bis vor einem Vierteljahr nicht, deswegen bin ich da noch ziemlich begeistert. Ich bin da noch mal auf. Okay. Aplausos. 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 Vielen Dank.